Also da oben... Da oben ist es genau, ich versuch mal. Äh... Muss ich hinlaufen? Ja, muss einer laufen. Oh, da sind nur Gegner unterwegs, müssen eh alle hin. Oh, hier ist so ne Kiste, hoffentlich ist da Muni drin. Ah, zwei Clips. Granate? Ja, ich war's. Na, hast du's? Nee, ist so nett. Ah, ich hab die Granate geworfen. Oh, mehr Munitionskisten. Nichts. Rot ist salt. Brot. Bulle. Oh, ist zum Verkaufen. Schlipp, schlipp, schlipp. Das Geld mit. So bist du bestimmt. Daher sag ich doch. Fett, es ist so. Ich brächte innere, weil er nicht allein. Was? Ich brächte innere, weil er nicht allein. Warum hab ich denn schon wieder Akko? Nein! Er hat doch stehen, damit ich schlagen kann. Ja toll, ich bin tot, wenn ich stehen bleibe. Ja toll, wir kommen in der Ecke und müssen gleich mal klauen. Was? Was ist der? Ja. Hab dich lieb. Hab ich jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Doch. Was denn? Hab ich auch gehört. Doch. Doch, doch, doch. Wow! Den hab ich nicht gesehen. Ich bin. Ich bin blöde. Ich bin blöde. Ich bin blöde. Ich bin blöde. Du blöde. Ja, Äh. Ok, ich hab wieder keine Muni. Oh man. Und die nehmen wir eben auch. Ja. Oh die ist super. Und der hat eine Pistole. Perfekt. Verdammt. 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 Ach so, Nomade. Nomade? Nomade mit Schild. Nomade. Ich hab keine Munition mehr. Keine Muni. Oh. 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 Miniser. Oh. 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 Ah, wieder ein Flipp, wir wissen einfach, weil ich hier nicht aufm гp, ah jetzt. Warum muss ich erstmal hier den Geheimbrunnen machen, bevor wir weitergehen? Das ist doch nur Muni, sehe ich gerade. Ich kann die Kisten nicht... Lipto hat desync. Was? Du hast das desync-Symbol bei mir. Wer nicht? Echt nicht? Er ist gerade rausgeflogen. Er ist rausgeflogen. Oh. Toll. Ja, ich bin draußen. Er sagt, meine Internetverbindung wurde unterbrochen. Das stimmt überhaupt nicht. Er lügt. Er lügt. Oh, wie der lügt. Er lügt. Wie der lügt. Er lügt. Wie der lügt. Ich bin am Connecten wieder. Ich weiß nicht, ob der Gegner dauer ist und er will Connecten. Unter. Hinter dir doch nie. Hinter dir. Hinter dir. Boah. Sirene hier. Jetzt mal wieder orientieren. Oh, ich bin ganz hinten gespawnt. Oh, der Nomad ist död. Was ist er denn da oben noch? Da auch noch. Ja, die Kirche. Ah, keine Munition mehr. Ja. Oben sind Shotgun Clips. Du kannst schon mal den Schalter umlegen. Habe ich gerade getan. Guck mal, ob ich irgendwo Moni hier oben finde. Geld nur. Ich bin da noch einer. Da hinten versteckt der. Ist ja nicht so blöd. Verdammt. Wir haben eine Pistole Munition. Das ging schon. Oh, ist so ein SMG-Clip gewesen. Lass uns erstmal den Geheimraum machen. Vielleicht gibt es da Muni. Ja. Gummibären. Ich bin hier und dort und überall. Hepp. 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 Auf Doni warten. Nichts aufmachen. Ja, on my way. Hier kommt doch kein Gegner, oder? Doni, du zähl. Komm. Kommt Doni angehüpft. So. Auf gehts. Munition. Nichts für mich. Scheiße. Ach, ein Clip. Bazooka. Jawoll. Rockaboo. Kann ich noch nicht benutzen. Ich will die gar nicht benutzen. Das ist äh... Obwohl, die ist eigentlich recht genau für den Raketenwerfer. Wenn die keiner benutzen will, nehme ich die. Ich bin lose. Bitte. 71 ist okay für den Raketenwerfer. Dein Titel ist Fleisch, Scannon. Ja. Das ist ja interessant. Oh, neue Scorns hier. Das ist doch unfair. Jo, rat mich hoch. An diesem Zaun ist kein Zaun dran. Was? An diesem Zaun ist kein Zaun dran? Was? Er hat grad gesagt, an diesem Zaun ist kein Zaun dran. Aber du hast mit Zaun gesagt. Ich hab Zaun verstanden. Pony, ach die Granate auf. Wow. Dann ich. Danke. Wow. Ich mach mehr Muni. Scheiß, ich komm mir mit dem Auto reiflich vorbei. Warte mal. Wir sind erstmal noch paar Gegner, ne? Also. Ja. Hab ich hier jetzt erwischt? Und ne Couch. Wo ist die Couch? Hier unten bei uns? Was? Ach, neiner. Da ist ne OP mit der Schrotflinte. Ich hab keinen Nasen-OP. Das war ne Ganzkörper-Tätowierung. Perion-Sniper. Oh, ne SMG. Vom Malivan. Sehr gut. Das war ne 2 von 5. Oh, wer benutzt die? Also die SMG? Würde ich nehmen. Ja, nehmen sie dir. Ne Sniper. So kann man die auch vertickeln. Sniper. Ah. Ah. Goumimi. Jetzt du siehst dich, jetzt hab ich wieder einen Oben-Wurm. Einmal angefangen, das sag ich mir auch. Ich schreck nicht. Dann singst du mein Lied? Nein. Na, ach. Goumimi. Sie hüpfen hier, und dort, und überall. Weiter. Ich kenn jetzt das nicht weiter, weiter nicht. Jetzt würd ich mal weiter singen. Ja Gott sei Dank. Wow. Oh! Keine Bewegung. Was ist er? Dann geht's noch hier. Noch einer. Ich bin down. Wer hat das Ding denn? Scheiß selbst vor Psypios. Ich brauche Granaten. Ich danke dir. Lebst du? Ja. Doch, ich bin völlig auf. Oh, bitteschön. Muni, 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 Muni. Kacka. Schroti, Muni. Sehr gut. Oh, und SMG. Du musst erst mal nach oben gehen, ne? Wo war denn der Weg nach oben? Hier irgendwo, ne? Ja, ne. Ah, hier ist doch die Leiter. Oder ihr könnt ja eigentlich unten bleiben. Ich mache auf. Na gut. Du musst auch noch mal eine Kiste, ne? Echt? Dann gehen wir alle hoch. Was ist weg? Ja, hier ist ein Volt-Symbol. Da ist die Kiste. Wo? Ach, Volt. So, alle Türen offen. Wo ist das Volt? Hier im Raum, wo ich bin. Ah, Mods. Hier ist doch nichts dabei. Was für einen Mods? Was nutzt du nicht? Nein, Doni. Ah. Du hast mich in der Luft gerammt. Jetzt bin ich runtergefallen. Oh. Haben wir ihn hier. Ach, Sniper-Muni. Schroti-Muni ist auch hier drin. Vengeful Beast für einen Ganserker. Psycho. Inklusiv-Schaden. Aha. Und Sirene. Oh, was ist das für Sirene? Ich gehe einfach hoch. Ähm, Witch-Klassen-Mod. Keine Ahnung, was das ist. Muss ich mir angucken. Stimmt, hier ist ja eine Kiste. Nee, ist kein gutes Korrosion. Oh, so was schönes für den guten alten Herren da oben. Oh, ein Sniper. Oh, ein besseres SMG. Äh, MG. Hard Rifle. Dahl ist aber schlecht, weil die macht bam bam bam. Und dann hat man drei Kugeln los. Und ohne Hamster ist das echt scheiße. Möchtet ihr mal das SMG oben haben? Hard Rifle. Ich sehe es nicht. Nee, Assault Rifles benutze ich nicht. Boni? Wir haben es keine Star Wars Blaster Rifles sind. So, hier gibt es uns nichts mehr. Können wir weitermachen. Oh, hier ist es noch in der Kiste. Mit Granate. Aber die habe ich schon voll. Granate nehme ich. Du frisst die, ne? Natürlich. Nach so einer zeitlichen Rahmen eigentlich. Wir können das hier noch angucken und die... Ich glaube noch einmal bis zur Stadt. Freut mich, dich endlich kennenzulernen. Klasse, wie du dich durch die Bloodshots gekämpft hast. Dauert nur eine Sekunde. Das Ding will ich auch haben. Ja. Nö, kein Bock. Mach doch selbst. Tschüss. Tschüss. Ich habe keine einzige Korrosionswaffe. Schaut es bei euch aus? Ne. Genauso. Ich habe nur Feuerwaffen. Ja, dann wird es interessant, oder? Ja, weil die wenig... Hier ist Sniper-Munition in dem Klo. Oh, geil. Ein Klo. Die will ich immer nicht haben. Oh, komm schon. Ne, das kannst du vergessen. Ich mache überhaupt keinen Schaden. Und die Schroße hier ein bisschen erfahren. Und die Schroße hier ein bisschen erfahren. Und die Schroße hier ein bisschen erfahren. Da oben. Komm. Da oben. Was sind welche, ne? Ein Gun-Loader. Ich kann mich nicht kritisch treffe. Im Auge mache ich 361 Schaden. Was ist denn ein Gun-Loader? Auf irgendein Balken direkt über uns. Und die kommen ja ignorieren. Donny. Hat den Donny? Hat den. Hat den. Oh, warum habe ich mir geschossen? Von Gando oder wahrscheinlich? Ohne Explosiv-Schrotflinte. Aber sehr ungenaue Genauigkeit. Ah ne. Ihr seid schon zu weit vorne hier vorhin. Waren noch welche. Komme, Donny. Jetzt sehe ich es hier. Waffen. 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 Der läuft einer. Der ihn hat nen Namen. das donnie es nimmt ist ein boss wer also hier wäre der ideale zeitpunkt für eine pause ja das stimmt gut im schönen panorama an ist das genau in der nächsten folge seht ihr wie es hier spannend weiter geht bei uns macht es gut bis dann tschüss tschüss tschau